Wie du redest! Okay! Guckst du in die Kloschüssel bevor du spülst? Was? Guckst du in die Kloschüssel bevor du spülst? Ob ich irgendwas mit spülen? Mhm. Und davor guckst du in die Kloschüssel? Ob ich gucke und dann spüle? Ja! Hell no! Okay! Wen? Wen? Lügst du am meisten an? Wen? Lügst? Google? Lügst? Liebst? Lügst? Lügst? Du? Ich? Am meisten an? Wen ich am meisten anlüge? Ja. Natürlich äh... eigentlich an niemanden. Aber ich glaube meine kleine Schwester. Hast du dich schon selbst gegoogelt? Hab ich mich selbst schon... Gegoogelt? Habe ich mir selbst schon was? Gegoogelt? Ah ja, doch hab ich schon. Ich wollte gucken ob es einen Wikipedia Eintrag über mich gibt. Aber gibt es leider noch nicht. Was magst du an mir nicht? Was mag ich nicht an dir? Ja. Wo soll ich da anfangen? Wenn wir uns verabreden und du mich warten lässt und dann sitzen lässt. Thüringer schießt du mich gerade? Nein. Okay. Welches Gerücht wird über dich erzählt? Achso. Welches Gerücht über mich verbreitet wird? Ja. Ich glaube das Gerücht was am meisten über mich verbreiten wird ist dass wir zusammen sind. Und was ist da dran? Was? Was ist da dran? Ich verstehe leider nichts. Wen? 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 Wer? Wen? Wen? Würdest du? Würde ich? Nicht? Nicht? Nackt sehen wollen? Nackt? Sehen wollen? Nackt sehen? Wollen? Ich? Ja. Dich? Dich? Nice. Appreciate it. Dankeschön. Hast du jemals einen Liebesbrief geschrieben? Nochmal. Hast du einen Liebesbrief geschrieben? Hab ich einen Lieblings... Wasser... Liebesbrief. Liebesbrief. Hab ich einen... Liebesbrief? Lieblingsbegriff? Liebesbrief. Lieblingsfilm. Liebesbrief. Lieblingsbrief. Liebes... Liebesbrief? Ja. Hab ich einen bekommen hab? Nee, geschrieben. Nee, aber ich hab's... Egal. Nee, hab ich nicht geschrieben. Was bringt dich zum Lachen? Aha! Was? Was bringt dich zum Lachen? Was möchte ich machen? Nein. Was bringt dich zum Lachen? Was? Was? Ja? Was? Was? Bringt dich? Ich? Bringt! Bringt dich zum Lachen. Bringt? Nein, bringt. Bringt. Genau. Was bringt? Dich? Mich? Zum? Zum Lachen? Ja. Du? Nice. Was? Auf wen bist du neidisch und warum? Neidisch? Mhm. Ich bin nicht auf dich neidisch. Sicher? Manchmal. Ja. Warum? Warum? Warum man neidisch ist generell? Ähm... Keine Ahnung, was sind so klassische Neidfaktoren? Wenn ich überhaupt neidisch bin, dann vielleicht, weil Leute was erreicht haben, was ich noch nicht erreicht habe und das auch erreichen möchte und weiß, ich könnte es erreichen. Mhm. Aber nicht neidisch, das spornt mich ja anders dann zu schaffen. Wo? Wo? Würdest du? Wurde ich? Würde. Wurde ich? Würde. Wo würdest du? Wo würde ich? Einen Schatz vergraben. Einen Schatz vergraben? Ja. Wahrscheinlich bei mir zuhause in Marbach, weil es ist eh am Arsch der Welt, da kommt keiner hin. Irgendwo im Teich. Bei welcher TV-Show würdest du gerne mitmachen? Mit welcher Frau? Mit welcher was? Bei welcher TV-Show. Bei welcher TV-Show ich gerne mitmachen würde? Ja. Ich wäre gerne dabei bei Game of Thrones. Das Problem ist, da gibt es einfach keine halbschwarzen, außer so allen Piraten. Was? Was? Hast du als erstes gedacht? Nochmal. Was? Wann? Was? Hast du? Was hab ich? Als erstes gedacht? Gedacht? Im Kopf. Gedacht. Auf den Ohren. Gedacht. Woran denk ich? Bei mir. Bei dir. Dass du ein toller Mensch bist und mein allerbester Freund auf der ganzen weiten Welt. Und ich hab ihn ganz doll lieb. Dankeschön. Und er ist ein bisschen bekloppt. Wer ist dein Celebrity-Crush? Ähm, so eine TikTokerin, aber ich weiß nicht, ob du sie kennst. Was? Was? Hast du gefragt, wer mein Celebrity-Crush ist? Ja. Okay. Aber ich kenn den Namen grad nicht. Okay. Was? Was?